Geh deinen Weg, sag mir, wo ist dein Weg? Danke, vielen Dank. Hallo, Pepe González, Herr Alpacha, ich freue mich, Sie zu hören. Sie haben den Job, seit zwei Wochen. Ja, großartig, das wundert mich aber nicht, Sie waren sehr gut vorbereitet. Natürlich, sehr gern, jederzeit wieder. Ach ja, Alpacha, das ist ja witzig, ich sehe hier gerade Ihre Tochter mit meinem Bruder im Park. Soll ich die beiden Turteltauben mal von Ihnen grüßen? Da werden Sie bestimmt überrascht. Ja, natürlich, wir hören uns, in Ordnung, bis später und alles Gute. Ist die Höhe gut? Ja, perfekt. Nein. Ach. Eine Sekunde. Oh nein. Was ist? Ja, seine Freude. Oh nein. Untertitelung des ZDF, 2020